Einen wunderschönen guten Tag, Willkommen zu der Wettbewerb der SkyBall! Ich hab mir die neuen Kids mal so ein bisschen angeguckt und hab mir irgendwie gedacht, ich hab ne Enderperle, nicht dein Ernst gerade. Komm, wir gehen mal sofort in die Mitte mit den Blöcken, die wir nicht haben. Oho, nee, dein Ernst, ach come on. Hier bekommen wir noch ein paar Blöcke zusammen, hoffentlich, haben wir auch getan. So ein bisschen zumindest. Wir haben, ich hab mir mal die neuen Kids so ein bisschen angeguckt und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie, äh, find ich die jetzt nicht ganz so geil irgendwie. Also Kaninchen-Kit gibt es unter anderem ja, da hast du irgendwie so, äh, voll die coolen Sachen, die das Leben irgendwie schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling, aber irgendwie hab ich da nicht so die, äh, die, äh, ja, so irgendwie, weiß ich nicht, ist irgendwie nicht so geil, hab ich das Gefühl. Kommen wir an? Wir kommen an richtig gut, kommen wir an sogar. Äh, haben wir hier irgendwo noch einen geilen Brustpanzer? Tatsächlich haben wir hier einen geilen Brustpanzer. Aber wir haben kein Schwert bis jetzt, aktuell. Bekomme ich irgendwo ein Schwert her? Da haben wir vielleicht ein bisschen... Da, zwei Diamanten, dankeschön. Die hab ich gesucht, Diamanten. Ja, mal kurz folgendes machen, den, äh, Dingens hier abbauen. Ja, für uns. Unser cooler, äh, Dingens hier. Nie hab ich Dingens, äh, Blöcke, Holzblöcke. Ich glaube, in der Mitte gibt es einfach keine Holzblöcke. Kann das sein? Wir haben auch übrigens sieben, äh, Dingens. Wir können mal kurz einen davon essen. Also Mitte ist schon extrem cool eigentlich immer, ne, die Mitte zu haben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich hab das Gefühl, als sei irgendwie das, äh, Dingens, Kit, haben wir ja Sticks irgendwo? Als sei das, äh, Kit von, ähm, von den Neuen irgendwie, das Kit von den Neuen. Ich hab, bin nicht so im Sprachgebrauch gerade gut irgendwie. Äh, fällt mir grad schwer zu reden. Ich geh mal erstmal kurz auf irgendeine Base zurück, glaube ich. Weil ich hasse die Mitte irgendwie. Auf jeden Fall, ähm, es ist bei mir halt so, es gibt das neue Hasen-Kit. Da ist ja irgendwie Mohn mit, äh, Schärfe 30.000 oder so, keine Ahnung. Finde ich irgendwie, äh, kommen wir ja da anständig hin, wenn ich jetzt so werfe, ja, ne? Wunderbar. Da ist sogar noch ein Typ da oben. Hi. Wir haben aber auch noch ein gutes, äh, wir haben Cup-Bep, das heißt, wir haben immer, äh, Hits, äh, Dingens-Hits, immer, äh, Kulik-Hits, die wir da geben können, ist auch ganz nice auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, finde ich da halt, weiß nicht, du hast halt die, die Sachen so. Und ich denke mir so, irgendwie, äh, finde ich das jetzt nicht ganz so geil. Ich meine, wozu brauchst du einen Mohn mit, äh, Schärfe 5? Macht irgendwie, meiner Meinung nach, jetzt nicht so viel Sinn, irgendwie. Ich würde ganz gerne deswegen mal von euch wissen, so ein bisschen, ähm, ich kann heute, irgendwie habe ich heute Probleme zu reden, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber fällt mir extrem schwer, mich zu konzentrieren. Dann klingt er das, wenn ihr irgendwie auch so Probleme habt, in eurem Leben, ab und an, so ein bisschen zumindest. Ähm, ja, würde ich jetzt gerne mal von euch wissen, äh, wie das bei euch denn so ist, ob ihr auch, äh, ob ihr, ob ihr denkt, äh, ich kann, ich hab, ich, ist, die Folge wird so gut. Äh, ob ihr das irgendwie auch denkt, dass das Kit irgendwie ein bisschen komisch ist, oder wenn nicht, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie man das Kit vielleicht nutzen kann, dass, äh, war da irgendwo jemand? Hab ich da jemanden gehört? Ich weiß es nicht. Wie man das vielleicht am besten nutzen kann, das Kit. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, wie man das am sinnvollsten irgendwie machen kann. Naja. So, was haben wir denn für den Stuff eigentlich relativ guten? Wir haben auch hier was zu essen, das können wir mal noch so machen. Wir haben noch zwei Enderperlen, ich will irgendwas essen, okay. Oh, oh, das ist ein Typ, der Russe ist da. Tschüss, Ruski. Haben wir hier aber auch nochmal down. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir noch zwei Leute irgendwo. Das ist auch überall, da ist ein Amboss. Äh, ist der, gibt es denn überall den Amboss, oder, äh, ist der einfach hier? Da ist der Amboss auch, wunderbar. Also, wir können in Ruhe einmal kurz craften, können nochmal kurz, äh, das Ding aufstellen und gucken, Rückstoß werden wir rausbekommen. Wunderbar, machen wir das doch mal. Haben aber jetzt ein paar Level verbraucht. Ich glaube, das braucht acht Level, äh, um das zu enchanten jetzt. Ich meine, es würde, okay, passt sogar perfekt. Gut, haben wir es doch geschafft. Rückstoß 2 haben wir jetzt. Das ist sehr wichtig, finde ich persönlich. Ich bin so ein, äh, sehr krasser Rückstoß-Fan. Wir haben noch ordentlich viel goldene Äpfel. Wir haben da auch einen Typen, wir können uns mal hier so rüberbauen. Ähm, das andere Kit ist, glaube ich, das Gärtner-Kit. Da hast du irgendwie auch Sachen wie, äh, äh, boah, Melonen und dies und das. Also, ich weiß nicht, wozu man so Kits gebrauchen könnte. Also, es gibt, ich habe irgendwie gesehen, es gibt irgendwie so einen Sprungtrank, äh, Sprungkrafttrank irgendwie. Äh, der müsste ja eigentlich beim Kaninchen dabei sein, aber irgendwie bei der Beschreibung steht da irgendwie nicht mit drin. Ähm, also gibt es den ja, glaube ich, gar nicht. Kann man den irgendwie brauen oder so? Ich weiß es nicht ganz genau. Es gibt auf der Map Italy, gibt es, glaube ich, einen, einen Trank, den du dir, äh, holen kannst. Einen Sprungkrafttrank. Den gibt es, glaube ich, da irgendwie zu holen, in irgendwie einem Secret oder so. Aber generell habe ich irgendwie die Befürchtung, dass, äh, Hi, was geht bei dir? Kann ich dich vielleicht, äh, okay, mal kurz das Seh kaputt machen. Kaputt machen, habe ich gesagt. Oh lol. Mal eben kurz so machen vielleicht. Mamamam. Komm. Perfekt. Und hallo. Kannst du sterben einmal. Dankeschön. Naja, müsste aber wahrscheinlich noch sich gegessert haben. Wir können mal eben kurz Folgendes machen. Er ist gestorben. Okay, wunderbar. Äh, ich wollte eigentlich noch hier das alles wegmachen. Sicherheitshalber. 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 Dankeschön. Ja, geht nicht so richtig, aber er ist down. Auf jeden Fall. Sehr gut. Ist sorry dafür, dass ich so mega crappy bin. Also so mega scheiße gerade drauf bin. Keine Ahnung, was da los ist. Irgendwie, ich habe eben schon aufgenommen, eine Stunde Mafia. Vielleicht liegt es daran irgendwie. Übrigens, gleich noch wieder einen Livestream. Ich werde gleich so ein bisschen Pokémon weiter streamen, aber insgeheim niemandem verraten. Aber Pokémon geht auch noch weiter heute. Als Stream-Projekt. Er ist der Arena-Leiter. Uh, uh, uh. In der Nuzlocke-Challenge. Uh, uh, uh. Freue ich mich sehr drauf. Uh, uh, uh. Da ist der Typ irgendwo. Meinst du, wir können ihn überraschen noch irgendwie so ein bisschen zumindest? Ne, er sneakt glaube ich auch schon, oder? Oh, er ist da unten. Wir können nochmal kurz das hier nehmen. Haben wir nochmal ein Herz mehr. Hi. Naja. Okay, hat sich gerettet gerade. Mit der Ender-Pearl. Hi. Ist aber, boah, noch Back 2 ist so gut. Dankeschön für die Runde haben wir gewonnen. Lieben Dank. Lieben Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns sobald mal wieder runter. Können wir nochmal eine Runde S-Galbus zocken. Schreibt mir gerne mal Ideen in die Kommentare, was wir so machen können. Lasst einen Daumen nach oben da. Bitte nicht vergessen. Macht doch mal einen Daumen nach oben. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.